Wir haben sehr positive Erfahrungen hier gemacht, eben gerade auch, weil wir eine ganz spezielle Kundengruppe haben, die auch viel Kontakt sucht sozusagen und wir freuen uns natürlich nächstes Jahr wieder hier zu sein. Wir als Deutsche Telekom treffen mit unseren neuen Produkten Impuls der Zeit und die Resonanz zeigt uns, dass wir mit Lösungen wie der Patientenunterhaltung im Krankenhaus oder auch dem Tagesnaviz für Senioren auf dem richtigen Weg sind. Wir hatten sehr, sehr viele Besucher hier, sind sehr zufrieden und haben uns natürlich ein paar Firmen vorgenommen und dachten, es wäre schön, wenn die kommen würden und einer von diesen großen Fischen ist gekommen. Von dem her gesehen, für uns natürlich sehr, sehr positiv, ja, also da hatten wir sehr Freude. Es war sehr erfolgreich, wir haben viele Leute gefunden und auch viele Firmen, die sagen, jawohl, das wollen wir zusammen weiterentwickeln und deshalb werden wir nächstes Jahr wieder auf die MBDK kommen. Die Firmen möchten auch gerne natürlich im Ausland Partner finden und das ist die optimale Messe, das ist auch eine der größten weltweit. Wir sind eigentlich schon seit mehreren Jahren, kommen wir hier hin, wir haben immer gute Erfahrungen mit Möglichkeiten für Gespräche mit Partnern, wir treffen unsere Partner hier und wir überlegen uns sicher, das auch nächstes Jahr wieder zu machen und wieder hierher zu kommen. Wir sind hier im dritten Jahr und wir haben eine Steigerung unseres Umsatzes und Traffic hier mit Leuten um 10 bis 20 Prozent jedes Jahr und wir sind sehr zufrieden. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt auf der Messe und überlegen, ob wir das im nächsten Jahr wieder machen werden, weil die Kunden, die uns hier besuchen, die Gespräche sind wirklich sehr gut. Wir sind zum dritten Jahr, im dritten Jahr auf der MBDK, wie immer, haben wir gute Kontakte geknüpft, einige Leute wieder gesehen, andere neu kennengelernt und wir werden auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Glockenzeuge 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 Untertitelung des ZDF, 2020